was ist das ich dieses haus ich will wieder an ok da lieg ich wieder in der waffe wo geht es jetzt lang gruselig ich will hier raus was war das denn jetzt ich höre doch was da kommt etwas hätte es auch da ist was nein nicht dieser wichse nein hallöchen entschuldigen sie wo geht es denn raus wissen sie den weg hallo jetzt sagen sie schon warum so schüchtern nein ok ich sollte nicht drum spaßen sondern ernst bleiben das ist ein horrorspiel und kein minecraft wo man rumalbern kann oh je hier war der safe oh ah hab ich doch geschrien wie ein mädchen hab das gehört ah oh junge junge da kommt schon wieder diese wichse ah ja ja bist voll stark und so ich habe vollen respekt vor dir nein damit natürlich nicht headshot 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 hallo stirb endlich stirb wie gesagt stirb schnell weg schnell wärmen schnell wärmen das ist immer fast immun wenn wir sowas die ganze zeit machen aha du kannst du nicht töten scheiße was machen wir jetzt ähm 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 vielleicht habt ihr irgendwann keine emotion mehr oder sowas äh scheiße äh hör doch mal auf zu schießen ich schieße uns in den rücken oder was hehehe na toll hehehe i hate this i hate this so much i hate this so much and i hate you too much more so und jetzt haben wir keine Munition mehr und jetzt können wir auch nicht diesen wichser da bekämpfen 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 so jetzt kommt dann dieser spast rein ja genau ich glaube wir müssen uns an dem vorbeischleichen aufzuballern wisst wie kiddies in ego-shootern nur rumballern und keine taktik ja so funktioniert das ganz gut kriegt ihr wollt schaden ja ne so warte mal kurz bleibt da stehen genau bleibt da stehen so ist es recht nein bleibt da stehen sage ich stehen bleiben nein na also geht doch so können wir ruhig gegen jeden antreten wenn sie stehen bleiben und nichts tun können wir seine waffe nicht nehmen schade sie sieht so cool aus ich will auch so eine waffe so eine waffe habe ich noch nie gesehen verdammt so eine waffe habe ich noch nie gesehen warum wird das hier auf einmal so warm na gut soll mir recht sein ob man auch an Hitze sterben kann ne ne also ich kann mich nicht erinnern dass man an Hitze sterben kann in diesem LP gut vielleicht ganz am Schluss aber ich möchte jetzt nicht so viel spoilern Hallo Isaac aus Dead Space der ist hier auch umgekommen ok ok oh ne hier gehts raus glaube ich ich habe gerade den Wind gehört oh ne ok das ist scheiße der knurrt ja ich tue dir nichts ich tue dir nichts scheiße die werden auf uns losgehen wenn die scheiße machen na gut dann lassen wir sie in Ruhe ja ist ja gut der auf zu knurren ich nehme dir schon nichts weg ich will die Hunde durch ja 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 unheimlich sehr unheimlich äh jetzt so ja 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 ich nehme dir nichts weg ich will den nur durch scheiße und jetzt können wir an den vorbei eigentlich mag ich ja Hunde aber solche Hunde mag ich gar nicht ok der blockiert die Türen den können wir nicht vorbei was sei denn ja 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 die machen mich ganz nervös das mit dem Knurr hm können wir hier was machen jetzt beruhige dich doch vielleicht es geht wieder weg gut das weiß ich noch aus meinem ersten Spiel habe ich auch lange Gedanken gefangen boah erstmal durchatmen das war jetzt doch mal eine Aufregung hm ich hab wohl jemand seitdem die Hunde gefressen haben nicht mehr aufgeräumt Sauerei hier und eine Postkarte wahrscheinlich von den Hunden wir wollen uns damit sagen wir sind umgezogen bitte gebt uns beim nächsten Mal noch mehr Fleisch ok Postkarte Nummer keine Ahnung NEIN NEIN und der Wald ließ ihre Schreie wiederhallen und die Blitze rissen die Dunkelheit in Stücke Danko sah jene an für die er sich so sehr angestrengt hatte und erkannte dass sie wie Tiere waren viele Leute umringten ihn aber es war keine Menschlichkeit in ihren Gesichtern er konnte keine Gnade von ihnen erwarten jetzt pochte auch sein Herz vor Entrüstung doch das Mitgefühl für die Menschen löschte dieses Gefühl wieder aus er liebte die Menschen und glaubte dass sie ohne ihn sterben würden ja safe und safe hier zwischendurch Level 13 Super Show ich dachte ja gut ich spiel jetzt wahrscheinlich 20 Level oder 25 so habe ich glaube ich in Erinnerung mit etwas gemacht das würde zurück laufen nein ich dachte hier werden alle Hunde weg kocht es wohl so jetzt wollte ich mal schauen ob man hier verbrennen kann nein kann man sagen nicht weil man ist zu behindert darauf zu jumpen auf die Erdplatte schön warm so eine Erdplatte das stinkt hier bestimmt so ein Kadaver auf der Erdplatte ok und jetzt hier geht es nicht weiter oder da war das ne das war ja nur dieser Schalter hemm 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 laufen wir mal zurück vielleicht finden wir ja noch was Schnauze du Hund wo ist er wo ist er da ist er hallo ganz schön fies Schnauze wo ist diese Töle weg gerannt weg gerannt schönen Dank auch jetzt ist die Erdplatte schon fast wieder kalt ha ha erwischt scheiß nein stepp mich hier beim nachladen du scheiß wie wie das sind keine Hunde das sind Bestien jetzt verstehe ich warum das Level Bestie heißt oh ne nicht schon wieder du nervst der es gepanzert seht es geh weg geh weg seine Panzerung hält aber meine Schusskraft nicht groß oh nein geh weg ich sag dir geh weg geh weg geh weg aber danke dass du die Höhe geöffnet hast hä ich höre eine Kuh habe ich da gerade die Kuh gehört wir sind hier 50 Millionen Kilometer unter der Erde und hier im Mond eine Kuh Zitat aus Minecraft von Gronkh Zitat aus Minecraft von Gronkh Zitat aus Minecraft von Gronkh da ist gerade was runter gefallen da hat man Glück dass wir nicht erschlagen wurden auf jeden Fall ich sehe so ein Elektronik Arzt Zeugs so was passiert jetzt hallo da ist was Moni Hör auf da waren können Zombies überbalancieren ich meine die haben doch gar kein Hirn sie haben nicht das ausreichende Wissen um zu balancieren es wäre scheint Kraft zu haben der schiebt einfach den Tisch weg indem er da auf den Zug geht oh ne da kommt noch was wo nein ich dusche wieder ich dachte ich hätte ich erledigt und deine ganze Brut nein da ist noch einer ich will nichts von euch tschüss ich muss mich wärmen ich muss mich wärmen wir können später spielen wenn ihr wollt kochendes Wasser das ist mindestens 100 Grad heiß oh nein 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 nortan schnell schnell bevor er da ist äh 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 scheiße 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 äh 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 scheiße das war jetzt vielleicht unheimlich es ist vorhin wärmer warum können wir diese waffe wir haben da bestimmte munition oder für die waffe da oder auch nicht keine ahnung du hast du vielleicht angst angejagt du verdammt das ist hier ist wieder eine erdplatte ja eine erdplatte gut dann besprechen wir mal den leidebildschirm ne kennt ihr ja bis gleich